Die amerikanische Van-Ikone Viagra feiert ihr Comeback mit Lancia-Logo am Kühlergrill. Optisch und technisch aufgewertet soll sie auch in der Schweiz ihre Käufer finden. Zur Wahl stehen ein V6-Benziner mit 287 PS und ein Vierzylinder-Diesel mit 163 PS. Der Viagra wirkt auch mit Italia-Facelift bullig, eher kantig und vor allem sehr gross. Die 5,20 Meter Länge sind einem Lieferwagen ebenbürtig. Entsprechend grosszügig der Platz innen drin, für bis zu sieben Personen. Apropos Platz. Versenkt man die hinteren Sitzreihen im Boden, mit etwas Übung, recht schnell gemacht, bietet der Viagra ein üppiges Ladevolumen von 3900 Litern. Das Cockpit wurde leicht europäisiert. Chromränder und etwas Leder, dem Lancia-Emblem geschuldet. Der Lancia Voyager kann bereits gekauft werden, dank Eurobonus ab 49.500 Franken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017